So, willkommen zurück zum Pokémon Smaragd Nuzlocke Random Challenge Let's Play. Wie schon gesagt, habe ich alle auf Level 16 trainiert. Puh, Eiergeiler war ganz schön schwer zu trainieren. Da ist es da unten, in dem unteren Bereich, wo wir schon waren, Geister-Pokémon gibt. Und er hatte nur normale Attacken, oder hat nur normale Attacken. Und hier oben darf ich ja nicht trainieren, weil hier muss ich erstmal noch Pokémon anfangen, da ein neues Gebiet ist. Aber da ich kaum Poké-Bälle habe, glaube ich, habe ich das noch nicht gemacht. Und da ich sowieso ein Let's Play machen will, ja, gut. Die erste Arena. Stein, okay. Und das wird dann ein Shop für Spinny. Spinni. Wie schon gesagt mache ich die Arena ohne Vorspulen, auch die normalen habe ich mich jetzt entschieden. Einfach so, weil... keine Ahnung, damit ich nicht alles vorspule, das ist ja auch scheiße. Kleinstein, Geotude, sollte kein Problem sein. Ich glaube mit Level 16 war ich ein bisschen zu hoch, äh bin ich ein bisschen zu hoch geraten, aber egal. Das holt schnell wieder ein, da muss ich nachher dafür umso weniger trainieren. Wow, das sind ja zwei. Ähm. What? Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass es so geht. Aber geil. Ja, ich hoffe mal, das reicht jetzt aus. Ja, aber es sollte ausreichen. Komm schon, klubber, bitte, danke. Jo, das reicht locker aus. Gut, ich dachte gerade schon, hätte ganz schön Schiss, dass die mich jetzt auslocken. Also, passt. Jo, wir kriegen ganz viel IP. Okay. Nochmal Kleinstein, zwei Stück, oder? Passt. Hab ich gerade schon einen kleinen Stock. Und beide tot. Gigi, gg. Level 17. Ich weiß. So. Arena Leiter. Win. Und der Bosskampf. Der Arena-Kampf. Wird bestimmt ziemlich schwer. Scheiße Kleinstein. Oh. Hab ich ihn noch nicht gesegt. Noch gar nicht gesehen. Boah, war das schwer. Was mir gerade auffällt. Was ist das Blaue da unter meinem Spinnenviech? Das sieht aus wie hin, ne? Ja, ihr könnt es euch bestimmt denken. Muss ich gar nicht erwähnen. Daran sieht man, dass es männlich ist. Glaub ich. Und ich töte weibliche Kleinsteins. Das war ein Mörder. Nassknet. Ich find das Pokémon so lustig. Und. Was? Ach du Scheiße. Hattest viele Leben. Stirb. Wow. Fick dich. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Wow. 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 Ich will nicht sterben. Nein, hör auf. Wow. Ich will nicht sterben. Nein, hör auf. Ach gut. Ach gut. Stirb einfach, du Scheiß, wie du blödes Drecksvieh. Wow. Okay, ich hab doch nicht zu hoch trainiert. Perfekt. Perfekt hab ich trainiert. Wow. Das. Hör auf. Auf. Kann schon. Mann. Kritiker. Wieso. Puh. Das wird ein harter Kampf noch. Danke. Oh, danke. Okay. Nein, oder? Wow. Alter. Zwei. Tränke. Und ne Scheiß. Was ist das? Ja. Toll. Weil ich fliehen kann in ne Brocken. Bist du behindert? Ja. Okay. Das soll das gewesen sein, aber alter. Alter. Das war nicht nur normal. Das war nicht nur normal. Halt's Maul. Puh, der zweite Herzinfarkt in einem Kampf. Alter. Alter. Zum Glück hab ich so hoch trainiert. Alter. Boah, ich bin steigend. Das hätte mir fast das Aus gewesen für diese Nasslock. TM39. Felsgrab. Der ist sicher nicht Felsgrab drin, oder? Pfff. Na, eigentlich krieg ich doch zufällige TM's. Ne, ist nicht Felsgrab drin. Wasser, aber hat ne ziemlich scheißgenauigkeit. Okta. Zucker. Wie geil. Wiss. Ach, Tinte. Ok. Das heißt, ich kann schon nicht sowas wie Tintaka oder so lernen. Wow, erstmal. Nein, kein Kampf, bitte. Ok, puh. Ich dachte schon, da kommt's ne Rivale oder so. Ich weiß nicht, ob ich drei solche drin gekauft habe. Ne. Fünf von denen. Ach, ich hab schon 15 Punkt. Ok. Dann passt das ja. Dann würde ich sagen, wie oben war ich schon. Dann würde ich sagen, gehen wir nach hier. Okta. Jo, der bin ich. Schon auf'n Weg. So, erstmal ein neues Pokémon. Und es ist... Rayquaza. Alter. Okta. Bitte töte es nicht. Ich hoffe das... Was hat das für Attacken? Kann das Drachenmut lernen? Hat das Drachen gut? Ich hoffe nicht. Ein solches Problem. Ich setz ruckzuck die Beine, da kannst du nicht ausweichen. Oh oh. Wehe, du tötest es. Danke. Das muss ich nur noch sagen. Das wird, glaube ich, nicht gelingen. Nur Superball. Ich bin jetzt damit direkt am Anfang raus. Vergiss es. Bah, vergiss es. Das kann man niemals fangen. Alter. Wow. Ja, das ist ein legendäres Pokémon, das erwarte ich. Und dann auf dieser Route schon wieder kein Pokémon. Es könnte klappen. Mit übertrieben viel Glück. So. Ach komm, das war voll knapp. Komm schon. Ach komm, du willst doch in meinem Team. Ein bisschen Schwächen noch. Oh. 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 Und das war's mit dieser Route mit einem Pokémon. Komm, komm schon. Mann, schwul. Hier macht uns ungefähr gleich viel Schaden. Schwiederei quasi. Wie weit gibt's die P220? Geht. Oh man, scheiße. Fuck. Nein. Nein. Boah, hab ich gerade 23 Schaden bekommen? War das ein Critic? Ich dachte schon, jetzt finde ich da auch noch mein Eiergeln. Oh man. Mein Zniebel. Ups. Dann tue ich mal wieder meine Schäferdine nach vorne. Schulkind. Ach so, scheiße. Bam, bam. Voll ins Gesicht. Paara Heide reinhauen. Goldini. So, das gibt's hier halt so auch. Wäre vielleicht besser gewesen als Rekwaza. Tschüss, Lotorte. Und der Nächste. Kleinstein, war klar. Tschüss, Kleinstein. Nidorina ist doch gar nicht so schlecht, fällt mir gerade eben auf. Bam, bam, bam. Immer ins Gesicht. Das Gesicht dann auf die linke Hand. Nicht nett. Habe ich Burggebälle? Nein, habe ich nicht. Das heißt, ich gehe auch noch nicht rein. 4 Viren. Sonnenkern. Geil. Das ist auch mein cooles Poké. Das ist auch eines meiner Lieblinge. Giftstachel, oder? Warum nicht? kurz heilen gehen und Pokéwelle holen oh ich glaube die Folge ist schon lange wieder rum dann mache ich jetzt hier Pause wir sehen uns nächste Folge ciao